Moin zusammen! So, da lebt ihr wieder. Wir wollen eine Demo mit der Panzerrahmen. Nein, schon, aber noch vergiss es. So, auf Wiedersehen. Ne, auf Wiedersehen. Bedienhoferfläche ist Ausstellung des Kriegsgruppen, das ist möglich zum Benutzer, den Kriegsgruppen zu bewegen und mir sprechen zu lassen, aber es gibt auch andere Einstellungsoptionen. Teile zerlegen zu können. Noch mal untersuchen. Meldet euch und geht ab. Beim kleinen Bild steht, diese Kriegsgruppe ist ein Leuchneresvorbeispiel des Geschicks der Handwerkskontrolls Gliedhorn. Auch sie können sie heute besitzen. Genau, ja. Wir wollen noch mal mit Walsh quatschen, hier auf der Rückseite. Willkommen zurück! Ja, was soll der ganze Papierkram? Papierwerk greift die Gears von Steeltown. Das ist nicht die beste Metaphor. Du weißt, was ich meine. Mit wem sollten wir noch mal reden? Just ask around. Someone will help you out. Oh toll, witzvoll. Sie kann es nicht. Ich gehe noch mal kurz zwischenspeichern. Mal gucken, ob was passiert. Wenn ich die Tür hier einfach aufmache. Wo ist der Scotchmann schon wieder? Okay, Sachbearbeiter in Hölle. Ich glaub dir da auch nichts zu quatschen. Das ist Jerry. Auf dem Ladokk seine Kiste mit Essen schick sie durch bitte an Cookie. Okay. Hurley, die ist gleich hier vorne. Hi, ich bin Hurley. Wie kann ich helfen? Auf dem Jock ist eine Kiste, die an Flüchtlinge geschickt werden soll. Sie braucht aber eine Freigabe. Das ist sehr freundlich. Jerry hat ein schönes Arbeit an dieser Pre-Authorizierung gemacht. Pre-Authorizierung verabschiedet und verabschiedet. Du bist gut zu gehen. Good luck. Das hier scheint 38. Uns wurde gesagt, dass du eine Kiste mit Essen für Cookie im Flüchtlingslabor freigeben kannst. Sieht aus, dass du voll verabschiedet bist. Hurley braucht nur deine Verabschiedung. Wir kommen doch gerade erst von Hurley. Ja, der Strom kann man leise mit dem Fuß anstoßen. Strom ist unterbrochen. Das Gerät fährt runter. In einer kurzen Zeit startet es neu. Huh. Das ist weirrt. Uh, well. Looks like things are back up and running. Oh. And if I'm reading these blinking lights correctly, your order has been moved up. You should talk to coordinator Walsh. Okay, sonst hätte man wahrscheinlich noch x-mal hin und her laufen müssen. Ja, super. Genau. Haddon, wir haben das hin und her ran satt. Ich gebe Cookies Kiste frei. Das fallen Schüsse. Okay, was soll ich jetzt machen? Bestellung? Okay, cool. Dann sind wir hier erstmal fertig. Bekranzerung. 4. Aber Wahrnehmung hat sie da. Hier ist Wahrnehmung. Achtsamkeit. hat sie schon neun, dann hat sie da zehn, elf, fünftzehn, theoretisch. Okay, zu den Toren von Steel Town. Achso, guck mal, jetzt können wir auch mit Luis quatschen, wegen seiner Frau. Es kam zu einem Streik, aber die Sache ist geklärt. Wir haben die Sicherheitstelle Ludloff beseitigt und Markham arbeitet und erzählt Selene Crowe an Reformen. Ähm, hoffentlich, aber es gibt immer noch einige Probleme in der Fabrik. Vielen Dank, dass wir uns wissen. Ich hoffe, dass du es alles auskommst. Geh weiter, rangers. Was noch? Ja. Wir haben schlechte Nachrichten. Was war denn mit der Geisterbanne? Wie ist ihre Geschichte? Ja, wir haben schlechte Nachrichten mit deiner Frau und lies diese Notiz. Was? Warte, lass mich das sehen. Sie... Sie stirbt, weil sie nicht aufhören konnte, um eine Krassmaske zu bezahlen. Das ist... Since when do factory workers have to pay for their own safety equipment? Das ist... Oh, Gott, dammit! Lorinda! Ich sollte dich nicht hier bringen. Gott, dammit! Gott, dammit! Ich bin sorry, rangers. Ich kann nicht... Ich kann nicht reden. Okay, Carla Asphalt Runner. Danke, für die Krat rangers. Danke, für die Krat rangers. Ich bin noch immer noch für jemanden, um es zu holen. Und? Wer? Lass sie ihn gut. Sie sind zurück zuhören. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Was? Du bist wieder zu. Da lagert ein Cookie. Okay, gehen wir auf die Cookie. Cookie. Cookie ist Cockro. Cookie ist Ziegenfleisch. Mehr als 2% der J.J. Podina-Gas. Nein, nicht. Nein, was hast du noch? Cool. Ziegen-Eintopf. Ziegen-Hörner-Eintopf. 5 Aktionspunkte. 90 Züge lang. 1 Aktionspunkt extra. Okay. Eine fiese Tasse Chili. 100% Heilung. Oh. Ja, Heilung habe ich eigentlich genug. Äh, lesen. Schuhledersuppe. 4 Schuhe innen und außen waschen. Etwas Schnee kochen. Schuhoberseite von den Sohlen trennen. Oberteile kochen, bis das Wasser braun wird. Servieren. Salat aus Totem Unkraut. Abgestorbenes Unkraut und trockenes Gras sammeln. Unkraut schneiden. Gras zerdrücken. Etwas Schnee kochen. Unkraut und Gras. Wasser weichen. Servieren. Ratten Eintopf. Eine Ratte töten und sie in einen Sack stecken. Warten bis eine andere Ratte kommen, um die erste Ratte zu fressen. Den Sack zu machen und auf den Boden schlagen, bis alle Ratten tot sind. Im Vorgang wiederholen, bis ausreichend Ratten gesammelt sind. Die Ratten häuten, entbeinen und säubern. Die Ratten über ein Grasfeuer grillen. Servieren. Lecker. Oh. Schon die zweite Leiche daneben. Anders als bei Ihrem Bruder zeigt Fatimas Körper keine äußeren Zeichen von Gewalt. Jedoch sind ihre Gliedmaß und ihr Gesicht von Leichenstang verdreht. Die Leiche auf Anzeichen der Todesursache untersuchen. Schaumspritze und zeichne Fatimas Lippen. Was euch an den vergifteten Flüchtlingen erinnert, den ihr bei eurem ersten Besuch das Gefängnis im Ranger-Proof gefunden habt? Stimmt. Ein weiterer Zettel aus einem Notizbuch wurde auf ihrem Körper platziert, wie bei Aram. Darauf steht, hey Ranger, hoffentlich begegnen wir uns, wenn ich mal wieder nach Osten gehe. Immer schön mit alten Freunden zu sprechen. Zurücktreten. Verschiedenes. Und, äh... Okay. Ups. Ähm, ähm. Hayley, ja, die haben einen Sklavenhändler verkauft. Hayley und ich wurden auf der Straße separatiert. Und ich kam in diesem Camp. Und dann habe ich mit dem Flughafen gebraucht, um sie zu finden zu finden. Aber der Typ, der ich mit gesprochen habe, sagte, du kannst sie irgendwo senden. Also ich weiß nicht, woher zu gehen. Ähm. Tauschhandel 9. Oh. Wir melden uns wieder. Na, Perla verloren. Klar, wir bringen dich und Hayley bald wieder zusammen. Tauschhandel 9. Wir haben jetzt keinen Sinn, aber wir melden uns wieder. Okay. Wenn du etwas hörst, bitte lass... Danke. Ich werde dich behalten. Tauschhandel. Äh, wir können dich mit deinem Tochter wiederfeiern, denn kostenlos ist es aber nicht. Wirklich? Okay. Alles? Ja. Durchlegen. Ruf minus 10. Äh, an der Perla. Klar, wir bringen dich und Hayley bald wieder zusammen. Oh, plus 10. Ich bin so ein Sack, ey. Ich bin so ein Sack, ey. Ich bin so ein Sack, ey. Ich bin so ein Sack. Ich bin so ein Sack. Was willst du, Rangers? Ähm, erinnert ihr euch an Hayley? Wir haben ihre Mutter geordnet. Schicken sie zu euch. Hayleys Mutter, David, das exakte Appel des Mädels. Wir sollten diese Familie wiedervereinen. Was denkt ihr, wen wir in Stil schon gefunden haben? Eine Frau und die überhaupt Hayleys Mutter zu sein. Äh, 16. Wir sollten diese Familie wiedervereinen. Oh, das ist... Adorabel. Ich liebe sie zusammen sehen. Und so mit meinen Freunden. Natürlich. Ich werde sicher, dass ich dir eine Finder-Fehende sende. Sie sind gute Leute. Sie verdienen es. Ich kann dir genug bedanken, Rangers. Das ist alles, was ich noch habe. Bitte nimm es. Okay, 70 Dollar noch mal erhalten. Na Mensch. So, Arthur und Iris. Iris. Do you want any more soon? Boom! That's what you're calling fairly warm Shoe-leather-Water? Haha, Shoe-leather-Wasser? Okay, Flüchtling, Flüchtling, Flüchtling. Flüchtling. Schlösser knacken. Level 10. Da war ja was, ne? Kiefer. Oh, äh, hi. Du hast nicht meine Freundin gesehen, hast du? Wie sieht sie aus? Oh Mann, sie ist der coolste. Wie viel cooler als ich. Sie ist ein bisschen schwer zu sehen, aber auch smart. Und wirklich... ...haut. Hey, wann hast du das jetzt mal gesehen? Ein paar Tage vorhin, sie war eine Nacht darüber, wie die Stil-Town nicht umgekehrt von ihren Arbeitern oder ihrer Familie, und wie sie etwas tun würde. Und am nächsten Tag, sie war... ... gone. Hey, wir werden die Augen offen halten. Danke. Sag ihr, ich vermisse sie und ich bin überrascht. Sag ihr, sie kommt nach Hause. Gibt es eine neue Mission? Ne, ne? Es ist eigentlich nur noch zum Schrottplatz. Danke nochmal, für die Kraytrangers auszutauschen. Klar, schau mal. Guck mal in ihren Laden schauen. Erste Hilfestation. Diese Umkreis hält drei Runden. Oh, das war ja auch nicht schlecht für spätere, krassere Gefächter. Oh, wie war das schon mal begeistert bei einem wie ist ihre Geschichte? Was ist das? Nicht so sehr, sie bleibt warm. Bewusster Alfonso. Ich denke, du hast nie ein Kind gesehen, hast du? Ja, was? Ein Kind! Hast du nie ein Kind gesehen? Wie in deinem ganzen Leben? Ich meine, wir sprechen immer über sie. Aber sie existieren nicht. Eigentlich existieren. Das ist doch verrückt. Hm, jetzt, dass du es sagst. Ich sage dir, Mann. Geh nicht meine Worte für es. Schau rundherum. Es ist egal, wo du gehst, wirst du keine Kinder sehen. Keine Kinder. Keine Kinder. Ja, wo wir kommen dann? Ja, wir waren doch alles mal Kinder. Warst du? Oder hat dein Leben angefangen, als du einen Tag wachst und entscheidest, welche Kleine zu tragen und welche Kugel du liefst? Ich denke, Mann. Das ist alles. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Kinder existieren. Ich bin nicht schuldig. Ich denke, ich bin nicht schuldig. Du bist zurück. Wie ist das? Wie ist das denn? Ich weiß nicht, was du aus der Faktorien? Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß. Also, ich weiß nicht. Da wird er rein? Und hier würde ich fast sagen, gehen wir gleich zum Schrottplatz, oder? So, bis hier und keinen Schritt weiter. Hier mache ich eine kleine Pause, wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß wieder und bis gleich und ciao!